hallo und herzlich willkommen zurück zu kreativers mit dem kreativers was wir haben gerade schon mal ein bisschen eisen abgebaut was wir schon bauen ja welche aufgebaut das sind unsere kauflechter leer ja das sind neue extractor und ich würde sagen wir müssen also ich habe eben schon gesagt wir müssen eigentlich wieder hoch wir müssen wir haben wir brauchen noch neues obsidian ja wir haben ja schon ich habe gerade meinen teleporter hinter dir gestellt scheiße und dann kann ich sehen kannst warum nicht weil ich im wasserfall bin ach so ja das ding ist schon krass irgendwie auch eine solle farbe einsetzen warte mal wo bin ich denn jetzt hier hingeschwommen warte mal wo schwimme ich denn hier hin ach über den wasserfall können wir übrigens hoch hilfe 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 aber brauchen wir gar nicht wir können uns zu meinem teleporter teleportieren oh stimmt also dieser komische alter wir sind eine million mirus was ist hier los eine million miris miru heißt nicht miru ja stimmt miri ist eine gangsterbande in brem das ist ein geiler block die mich haben ja ich gehe mal ich gehe mal zu meinem teleporter und suche schon mal obsidian oder besser gesagt haben wir jetzt gar kein extractor mehr wir haben keine mehr keine von den großen die sind natürlich ganz schlecht ne naja ich habe eine koralle haben wir denn noch irgendwo obsidian im ofen vielleicht ähm warte ich habe noch obsidian bei das ist gut dann mach doch nochmal ein paar extractor und ich gehe schon mal auf die suche nach eisen äh obsidian oh hier miru ist gespeichert gespawnt ähm ich mach mal kurz das eisen zweigetrobt war auch hier ist das bitte Prozent die vierte uns bohren das ist auch geil um um es zu gelocken und um miru und um und mehr für die Krabi 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 müssen sich absitieren das ist ob sie die jahre jetzt auch noch mehr waren da gibt es noch mehr von du kannst doch nichts so äh ich bin ja da ist noch mehr obsidian komm hier ist das ein Block hast du schon einen extractor ach so ein Trollblock ne ich bin noch unten ich warte kurz ich muss die Eile abbauen äh ja wie weit müssen wir eigentlich runter um Dings zu haben ähm Diamonds noch weiter runter hast du dich schon gefunden privat nein also ja cheater was müsste Leute ich auch euch ja damit wir zusammen Spaß haben und der der scheiß da drauf voll der egoistische Mann das Spiel ist halt geil ich wollte es spielen und du warst nicht da hallo ja ich versuch dich den Tarn zu ich verbrechen ja da hab ich nicht gezockt da hatte ich Stress oh das war vorher schon ja ja so was haben wir denn hier ähnlich erwähnt dass wir fast 200 haben also 180 wie viel was wir haben 180 Eisen okay das reicht das reicht komm mal zu dir ja hier hier bei mir sind zwei Obsidian wo bist du denn guckst du gerade ach so ich bin jetzt im Haus warte ich bin im Haus ähm wir brauchen oh Obsidian brauchen wir komm her ach du musst Extractor bauen mal Extractor 1 2 3 4 5 6 hier und hier mach ich auch nochmal 6 ach so ich bin noch ein bisschen doof okay ähm ich brauch's dann mein Inventar ist eh voll was soll ich jetzt machen hallo mach's leer logisch mach's leer weg 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 ich bin ganz seltenen Block ich hab den nur einmal bisher der heißt Tomalin ah der ist gut ja da können wir den brauchen wir später noch ich hab noch einen bekommen wo ist ein ach so den hatten wir schon acht Stack it Stonewall hier gibt's Kohle 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 Zeitloser Klassiker Kronk sei Dank ohje noch mehr Kohle wer ist Kronk Kohle 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 zu keep my temper und so weiter sag mir jetzt aber ja nix und ich hab ja noch dieses Blue Adobe Wall das ist ein Buch da braucht man aber Adobe Bricks Metallic Walks Stone Road und Blue Pigment Lern doch einfach zieh das auf deinen Charakter rauf dann lernst du das echt? diese Dataschips auch? ne die nicht aber die Bücher echt? obwohl der Dataschips hab ich noch nicht probiert kannst du ja mal versuchen uuuhhhhhh vielleicht geht's ja vielleicht geht's ja oder vielleicht auch noch nicht aber was hab ich jetzt gelernt hab ich ich weiß gar nichts gelernt du hast du weg du hast du weg du hast du gelernt deine zu lecken was? was? hier ist ganz viel Kohle ja aber was kann ich jetzt machen? weißt du was ich benutze meine normalen Extractor jetzt für die Kohle wer redet nicht mit mir? doch was willst du denn? du sollst das Obsidian abbauen hier ja ich brauch erstmal Extractors ich hab noch dieses was ist denn? dieses Grand Attack Table was brach der Grand Attack Table? Arcthake? weiß ich nicht ich glaub gar nichts ich glaub der kann gar nichts Arctcheck Arctchecker jetzt komm mal hier mit den Extractor wir brauchen Obsidian ich hab ja Obsidian muss ich erstmal schmelzen das ist mir im Ofen ich brauch erstmal Oxidian da kommt der komische Kinsey an guck dir diesen Kinsey an wie der Kinsey kinsen kann ich brauche Stone Slaps hatte ich doch welche oder? ich hab sonst Badrock viele oh ganz viele einen bösen Stein hab ich Badrock hehehe ahahahahah die kann weg weg jetzt so das hab ich keine Subsidian abbauen ich würd sagen wir machen jetzt echt das kann da rein das kann da rein das kann da rein hä wo hab ich denn das ach ja das Bienenwachs also das alter guck dir mal die Fakten die sollten auf jeden Fall ins Haus setzen was denn? das war unsinnig überhaupt wie soll ich denn hier Fakten platzieren? so so voll hell hab ich die jetzt ganz oben in die Sitz in der Mitte ja dann nehmen wir die anderen hässlichen Fakten nochmal weg oh die sehen schon geil aus ok ähm ich hab Eisen ohne Ende aber das mach ich jetzt nicht ähm was wollten wir jetzt? ich hab äh Dinger wo müssen wir hin? was? ähm ja warte hast du hast du Extractor? ich hab Extractor große große kommen sie bitte mit herpack heute boah ich muss ihnen da was zeigen das müssen sie sehen Kohle Kohle muss sie hier zwei Obsidian ja gut hab ich gesagt vier das ist auch nicht was vier ist ne? wieso vier? vier vier so das sind zwei irgendwie dumm? ja nicht du der hier ne ein Spielchen wie auch immer wie auch immer der Paco Renner wie auch immer was ja äh ja mehr hast du dich gefunden? nö was für aber Kohle und Kohle ist auch wichtig ja warte nicht hier sondern hier hier ist doch Kohle was? da auch? hier auch hier ist sogar ganz viel Kohle da drauf na gut ähm wo bist du? aber Obsidian ja echt wichtig wir sollten unbedingt Obsidian fahren ja achso du hast schon was drauf gesetzt ja aber hier sind noch ein paar mehr Noides passt gut aber ich hab nur noch drei große Extractor ja dann hau die halt weg ok aber wir haben hier echt schon einen geilen Sporn muss ich sagen wir haben hier ein riesen Gebirge und ein geiles Haus ja hier ist übrigens wo du die Kohle eben gefunden hast da ist noch mehr Kohle Kohle ohne und oh ne ah schon geil so ein geiler Kohleflirt hehehe hey warum ist es dunkel? so das sieht ja behindert aus äh mein Kopf ich brenne what? heißer Typ nehmen wir weg Okay, das ist super Ja, wenn das Obsidian hier fertig ist, würde ich sagen Mache ich gleich die nächsten Extractor, oder? Mach gleich ein paar mehr Ja, würde ich ja, wenn ich mehr Obsidian hätte Und wieso, du kannst doch schon einige daraus machen Sind jetzt 24 Obsidian Ja, eben auch gemacht Hatte ich ja auch gerade, sind alle weg Ja Wo ist Obsidian, Obsidian, krass Wo, 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 oh geil Ja, hau rein, mach mehr Extraktoren Wir brauchen viel, viel mehr Ja, also Obsidian wird noch so Ich weiß nicht, ob wir das in Mangelware wird Ich weiß nicht, wie viel es hier in der Titel Also wir werden es oft farmen müssen Ja Dafür los, relativ los Würde ich sagen Wie viel hier oben ist, Alter Wir haben jetzt gerade Glück gehabt Ja Komm her, du Gala Pilz Die Pilz sehen wir auch mit Für Tränke 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 Ich teleportiere mich aber zu unserem neuen Ding Obwohl ich laufe mir wahrscheinlich schneller Oh, fünf Sekunden, ich weiß nicht Nee, ich bin schon da Okay Ja Aber das Haus ist echt cool geworden Du hast mit den kleinen Fenstern Du hast mit den da fast besser Die fast besser als in Minicraft Ja, sind sie auf jeden Fall Die sind besser als in Minicraft Aber es sind halt auch andere Shader hier am Werk Oh ja Ich finde es ja krass, dass dieser Der den Seuchtschader bei Minicraft gemacht hat Der arbeitet jetzt bei Forest Entwicklern mit Deswegen sehe ich das Vorwärtsspiel Auch Sieht so aus Ah, hier ist noch ein Obsidian Ja, man sieht, auch Modder können erfolgreich werden Also, schauen wir auf YouTube Achso Achso, was sagt Oh, hallo Ja, da muss ich meine Obsidian 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 So, wir nehmen alles mit Ich mache hier behinderte Geräusche Eieieieiei Eieieiei 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 Ich habe das Gefühl Du bist schwanger Ja Ich kriege sechs Länge Geil Hatten wir das nicht schon mal heute? Ja, hatten wir schon Die selben Antworten Was freue ich denn? Ich brauche schon wieder Slips In your face Ich würde das gerne Ja, Bitch Slap Ich würde gerne so automatisiertes haben So, dass die Slaps automatisch nachmachen Weil Du musst immer warten Und wenn das immer wieder ist Dann Weil Du musst immer nachlegen So Es wäre voll cool, wenn du das automatisch machen würdest Das stimmt Dann sagen Notieren Komm Merkt dir das? Puh, wie ich mir einfach hier Strip mine Ey, alte Schwede Entschuldigung, falls ich so schniefe Aber Wie ich sie krank Nicht nur in der Nase Nicht nur in der Nase Dann Sperrmüll runterbringen Und das runterbringen Ich habe ja alles aussortiert Was ich die letzten Jahre Nicht mehr so gebraucht habe Und ich habe mir so Säcke gekauft So schwarze Waren dann auf einmal 65 Was? Volle? Ja, ja Aber nicht nur von mir Auch von meiner Mitbewohnung Ach du Scheiße Was hat man hier für einen Arm? Auch Klamotten, ne? Auch die hat die ganzen Klamotten aussortiert Die sind hier Frauen Krass Und ihre Klamotten Ja, und ich hatte echt Ich habe noch ganz viel Zeuge aus meiner Kindheit Die habe so was ich eigentlich nie benutze Ich habe 180 Oh Wie geile Kohle Ja, die bauen wir nachher Ähm, du geh mal da rein Du geh mal da rein Hast du schon Obsidian am Laufen? Ja, ich habe 12 Extractor gemacht Wow Ja, hau rein Alles ins Obsidian Das vermehren wir jetzt Ich glaube Ich würde auch sagen Dass wir das jetzt als nächstes Komplett erstmal holen Bevor die Kohle da hinten weiter abbauen Ja Auf jeden Fall Weil Kohle haben wir noch Ein bisschen Kohle haben wir noch Äh, ohne genug Kohle Was kostet die Welt? Und kennt sie das mich nie mehr so Mach dir nie wieder so Um jetzt so Wom geht das wahr? Ja Ich habe keine Ahnung, ey Ich habe noch keine Ahnung Pro Pro Die hat die Probar Das ist ja alles Obsidian Sechs Stück Es sind acht Es sind acht Acht Es sind acht, ja Ne, es sind noch mehr Was ist noch mehr? Hör auf Sieben Acht Und da unten drunter ist auch noch eine Und da unten drunter ist auch noch eine Und da unten Neun Dann hast du aber hier wieder keine Quelle gefunden Also das ist schon Tüfte Auf jeden Aber jetzt buddel ich mich hier gerade echt seit fünf Minuten hier durch die Gegend Und finde aber nichts mehr Ist schon voll der lange Gang, ey Aber hier ist noch einer Und hier ist noch einer Lol War nur halb, bin ich da So Ne Ne, da ist nix Also Wir sind gerade bei zehn Echt? Das heißt 120 aufs Ideen Okay Krass Das reicht erstmal ein paar Minütchen Obwohl Ich weiß dahinter noch was Ich glaube da oben drüber ist noch einer Hör auf Ja Okay Hab noch einen Wenn ich da rankommen werde Da ist noch einer Welcher? Obwohl Ja da ist noch einer Über Da über Oben drüber Ach ich glaube das ist der Leiche Den du gesehen hast Ja Das ist der Leiche Da ist auch noch einer in der Wand Da ist auch noch einer in der Wand Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ja Krass Zwölf Stück Okay Okay Oh Wir sind bei 17 Minuten schon wieder Hochala Wie schnell die Zeit rum geht Okay Wir sollen sagen wir machen die jetzt laufen lassen Ja Und holen die beim nächsten Mal raus Ja Was aber jetzt Nicht nur 144 Stück alter Lausch mal Lausch mal den Extraktoren Die machen Musik Schön ne? Sieht doch voll geil aus Also ich muss sagen die Grafik ist echt Ja Also ich finde die echt geil gemacht Und die ganz kleinen Partikel die da rausfliegen ey Ja ich hab noch ne Obsidian Note gefunden alter Schwede Hast du noch ne Hast du überhaupt noch Extraktor? Ne ich hab alle zwölf verbraucht Da ist noch einer Die sind alle gleich fertig Ja aber hier ist noch einer Ist das krass Ja ich hol die alle raus Okay wir überenden erstmal die Folge Und machen dann nächste Folge weiter Ja Ich wünsche euch einen schönen Morgen Mittag oder Abend Je nachdem was gerade ist Je nachdem man hier die Folge ist Ja Tschüss Viel Spaß Und danke für's Tschau Tschau Tschau